Der ist 45, 50% nur Wasser gefühlt. Top! Ey, Penny, die Koordinaten sind nie richtig, ne? Also ich frag nur, weil... Also ich bin da nicht, aber... Ich bin da nicht! Schade! Schade! Das ist minus 69 und minus 57. Aber genau den gleichen Joke hab ich eh mal gemacht. Oh, ich hab eine dieser Pflanzen! Ich hab noch einen Joke gefunden. Scheiße, jetzt findet er auch noch Sachen. Ich hab ne Wizard Pflanze. Crazy. Ja, wie viele Pflanzen brauchst du? Jens. Ich hab den Wizard schon getötet, Leute. Alle. Alle. Na, alle. Das sind viele. Alle. Fuck. Und natürlich... Ach Leute, wenn ihr wusstet. Ja, dann fällt das ja auch mal ins Wasser, dass wir mal den Jens besuchen, ne? Was? Wir wollten Jens nochmal besuchen. Dieses Jahr, ja. Netflix wollte doch sogar die Kosten übernehmen. Nach... Äh... Was? England? England. Das hab ich mal mitgespielt. Don't do. Deswegen musste ich jetzt sogar lachen, scheiße. Ich fick euch vom Big Ben runter. Ben Affleck? Was? Wie du wolltest für alle die Kosten übernehmen? Bist du ein bisschen behindert, Alter? Wir hatten doch damals... Wir hatten mal geguckt. 20€ oder so. Genau. Da waren die Flüge richtig günstig. Da hab ich gesagt, okay, komm, Alter, bezahle ich. Bendy? Hella. Hey, Hens hat ja ein Haus. Ja, fast. Du hast Umrisse. Du hast Umrisse. Ja. Dann geht das, äh... Dann geht das Runa oder was? Ja, dann geht das hoch. Hoch? Ich dachte, du wolltest unter Wasser wohnen. Hoch? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht brauche ich noch einen Keller, ja. Oh. So. Ich hab jetzt deinen ganzen Shit hier drin. Soll ich den jetzt schon weiterverarbeiten? Ja, wenn du Bock hast, dann musst du halt Bock sitzen, ne? Wie ist... Nee, wie hast du... Oh, Petty, du wirst dich so freuen, ey. Nein, ich mach dir die. Warum? Aus den Gravel- und Sandstunden. So. Ja, die Weißen bitte, ne? Äh, die... Kreese... Nee, die... Wie hieß die Scheiße? 7 Alfred Section, Alter. Konkret. Oh. Wie geht das? Ach, du lieber Gott. Ja, ich kann dir 8 Stück machen. Die. Hä? Junge, du brauchst doch nur Bone Meal. Hä? Oder? Nee. Das weiße, die weiße... White? Äh, in meinem Picture Pack sieht White, äh, Die und Bone Meal 1 zu 1 gleich aus. Ey, du machst doch auch White Die aus Bone Meal. Hab ich doch gerade eben gemacht. In meinem Picture Pack. Und wie? Ja, das ist das... Aus Knochenmehl. Boah, halt dein Maul. Das ist Standard. Einfach Knochenmehl ins Graphic-Set ziehen. Das ist doch... Das Bone Meal ist White Die. Ja. Nee, du musst das nochmal umcraften. Moment. Nee. Du tust... Du tust... Ja, ja, ja. Ja, tatsächlich. Ich dachte, der trollt rein. Ich muss das ehrlich umcraften. Ja. Wieso denn rein trollen? Sag ich doch. Ähm... Kacke. Sag da doch. Watt, 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 watt. So. Das ist schon äußerst schäbig hier. Schäbig. Bei mich gibt's ein White Concrete ein. Was kommt? Alles. Hm. Ist nicht so konkret, ne? Nee. Kannst du gar nicht. Kannst du mir einer Holz geben? Oh nein. Oh nein. Nicht hören. What about? Ein Zombie. Mann, ey, jetzt schon wieder, Safi. Lass es mir doch mal kurz craften, du Wichser. Ja, okay. Das passt. Wo ist die Fabians Leuchtturm? Was? Fabians Leuchtturm. Fabians Leuchtturm. Was ist denn rein? Gau, 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 gau. Hast du's entdeckt? Junge, hast du hier nen Zombie-Spawner bei dir oder was? Ja. Junge, komm hier mal her. Ja. Da steht ein Creeper in deinem Haus. Äh, in deinem Umriss. In deinem Rohbau. In deinem Umriss. In deinem Umriss. Strider, ne, ich schwör's. So nen Standard-Spawn hab ich lange nicht mehr gesehen. Oh. So nen Dungeon. Stimmt. Gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Hier weißt du, bei diesen Fliegegeräten, ne, die kommen jetzt nachts. Oh, jetzt kommen die wieder. Ja, da dachte sich dieser Jens, der Minecraft-Jens dachte sich da eher, ähm, Joa, lass mal nen Mob machen, der Jens nen Player abfuckt. Der Bergen stehen, alter. Ja, Minecraft-Jens. Minecraft-Jens. Hätt ich's freuen mit den roten langen Haaren. Orangenen Haaren. Bencheb? Ja. Guck mal, zwei hinter mir. Ja, deswegen streite ich hier so rum. Junge, jetzt, jetzt knall ich dir mal hier ein paar Konkret um die Ohren, Junge. Jetzt geht's los. Boah, das wird keine Pfeile mehr. Boah, das wird keine Pfeile mehr. Boah, das wird keine Pfeile mehr. Ich dachte, ich könnte wie anders jetzt... Damit kannst du, damit kannst du... Ey, du hast schon einen Bogen, alter. Jetzt spiel ich spiel doch nicht ohne uns durch. Was? Ein Bogen? Ein High-End-Level-Game, Bitch. So, jetzt erst mal hier ne alte... Saal. Ach, der kam gerade drei Hüte ausm Ei. Okay. Okay, ich hab dir jetzt... Du brauchst nie wieder Konkret-Farm. Echt? 2, 4, 6, 8, 6. Was? Ich hab's gehört. Nö, die facken Kack-Eiern, alter. 8, 6 hab ich. An deiner Kiste auch noch? Vollpüpp-Ollos. Ja, ich war gerade an meiner Kiste. Wow, hast ja Glück gehabt, er hat sich die Kiste weggespringen. Ja. Oh. Natürlich, ne? 15 Uhr Mittagsschicken Creeper, äh, an der Tür. Wahrscheinlich, alter. Dann kommt auch ein Zombie zu dir. Vom Berg runter. Warte, 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 warte. Ich glaube, man muss sich noch ansetzen. Naja, ich hab euch halt vorgegangen, ne? Das muss man dazu sagen. Gar nicht. Ich hab's gesagt. Oh. Worum geht's? Hast du irgendwie noch, äh... Ah, da sind meine Hosen. 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 Ich hab nicht hingeguckt. Ja, worum ging's, Pip? Hosensohn. Pip? Gibt's der Games? Gibt's der Games? Fabian. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Warum nennst du mich so? Ja, warum nicht? Warum nennst du dich so? Warum nennst du dich wie ein deutscher Rapper? Ja. Der hat sich nach mir benannt. Ja. Ach, ja. La. Tatsächlich, tatsächlich heißt Fabian ja schon so... Ich glaub da, da hatte der nicht mal... Also, er war nicht bekannt. So, Pip, was wolltest du? Da kann er Sieder sagen. Hier. Gar nicht geboren. Du bist gar nicht geboren. 88 ist hier geboren. Hab ich schon Minecraft gespielt, ey. Die packt dich mal alle in die Doppelkiste rein, die ich jetzt mache. Warte, ich hab hier. Jo. Nein! Was ist das denn? Nein! Das war richtig. Los, Bon. Aber die sind von dir, oder? Da ist noch White Concrete. Und der Rest ist Powder. Oh. Hier. Da ist nur Powder und dann einmal Concrete. Also einmal ganz rechts ist schon, äh, bearbeitet, oder? Aber die wollen wir zusammenbauen. Ja, da muss ja Wasser ranrein, ne? Ach, hast du das? Ah, wie... Ist das vielleicht von meinem Tod noch einfach? Anwitz, Alter, ich... Kann man nicht den Stack einfach ins Wasser reinbringen? Weil du ihn mir bauen wollen würdest. Doch nicht. Ist ja zu geil. Was soll das denn jetzt heißen? Ne, geht nicht. Ah, bitte. Das ist der Zelda. So geil. Okay. Alter, ich höre Zelda-Musik gerade. Geil romatico dann, wenn ich hier fertig bin. Ich weiß, das ist keine Zelda-Musik, oder? Sing mal. Ach, scheiße, das ist wirklich Zelda. Sing mal. Twilight Princess ist es nicht. Das ist ein Superstar-Gerals. Das hast du natürlich gewusst. Du 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 선택 das, du 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 du. Du 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 du. Ich kann dich von meinem Lager jetzt aus beobachten. Egal. Oh. Im Fernglas. Ich hab noch keins. Ja ich weiß. Ich weiß. Ich weiß das. Deshalb sage ich das weißt du. Ich weiß nicht ob dir das aufgefallen ist aber. Ich weiß das. So nochmal jetzt hier und die Holz eigentlich. Ich spottier jetzt einfach. Ich hab mir erstmal ne geile Spitzer gemacht. Geile? Ja. Ja? Meine wurde ja vom Server gemobst. Ja du hast ja noch paar Diamanten. Oder? ne ich campaigns zu unterschreiben. Doh. Hehehe. Naja. Was hast du davon Alter. Keiner kann nicht mehr leiden. GaPro. We sind hier nicht prägen. Ist ja hier beruflich und nicht privat. oder oder wer mit Abi wir gehen in die Höhle ja man, mein Buddy wer mit Abi Buddy ähm Alter, wie schnell ist denn diese Wolle immer weg hat einer von euch gesagt, wir gehen in die Höhle nee, das war ich oh mein Gott das ist jetzt serious okay die muss ich jetzt umbauen wird das Geiger aussehen oben so ein halbes Lager am liebsten wieder gerade runter bauen aber ich weiß gar nicht, dass Pip wieder meine Sache nicht rettet ich hab das falsche Holz gesammelt auch Akaki ja gut warte mal, das ist das neue Gold ist das das Golderz? Akakia ach so warte, du hast jetzt die ganze Zeit den Dschungel gesucht wo ist denn Akakia, Alter? nein, in der Savanne ja, wo ist das? ja, das erkennt man schon das ist wie in so einer also das ist keine Wüste aber ist halt so ja, so relativ trocken und die Bäume also die Akazienbäume wachsen so schräg übrigens in Zukunft kein Eisen mehr unten also unter null also beziehungsweise da auf der Ebene wo man jetzt Diamanten farmt gab's doch schon vorher nicht, oder? ja, man konnte ja auch nicht unter null gehen ah, jetzt weiß ich, wie man Sachen markiert aber auf der Map vorher gab's das überall, glaub ich wie denn? du musst den Banner platzieren und dann auf dem Banner die Map ooooh haaa iiii ui haa 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 ui ui dazu eine Karte auf einem platzierten Banner und der Fleck des Banners wird auf der Karte markiert wie versteht ihr das? der Spieler kann Punkte auf einer Karte markieren verwenden sie dazu eine Karte auf einem platzierten Banner aufhör zu reden wie soll das funktionieren? wie ständig ist das? war eigentlich irgendeiner Bronze ich lass das alles liegen, ne? ich nehm das mal mit für Janus halt erstmal unser Valheim Haus fertig bauen dann kriegt er wieder Nachzeichnung ah, jetzt hab ich markiert du musst Rechtskriege auf dem Banner machen anscheinend warte was? ein beschrifteten Banner warte mal du hast mir den Banner nicht selber vorgelesen? wenn das Banner einen Namen hat, zeig die Marke diesen Namen an okay ja, voll gut habt ihr den Amboss? ja ich wollte nur gucken was Patty sagt ne, ich hab keinen ah, und wenn man den Banner abbaut ist der Marker wieder weg okay hä? okay dann du hast keinen Dings? Andrew? ich hab keinen Pip Play Games, Alter du hast äh du hast jetzt ne erkundete Höhle äh, äh Mette warte ja, kann man die duplizieren ja, ne? ja, 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 kann man äh, dafür nehm ich drei Diamanten ja, ich geb dir keinen und dann äh äh das Beispielzeug wieder drin ich geb dir keinen damit ist gut ein, ein muss ein muss ich Junge, ich hab keine Diamanten ich hab alles verloren gib mir einen Halbstack Eisen die Höhle, Alter ich sollte ja nicht mehr reingehen als ob du schon wieder runtergefallen bist ja, aber ins Wasser ins letzte Wasserfleck da was soll ich dir geben? ja ja was soll ich dir geben? ich hab keinen Eisen mehr deshalb bin ich in der Höhle ich hab ich hab jetzt eine 64 Chunks äh, Karte soll ich die ausbauen auf 128? äh, ja ich glaub die kannst du nicht mehr upgraden, oder? Moment ich hab eine 1 zu 8 Mom, Mom ich hab im kam ich du du